So, dann fangen wir mal an. Was haben wir bei der Favoritnarbe? Also den Zahnkranz nehme ich weg. Zahnkranz ist jetzt unerheblich erstmal. Achsmuttern eigentlich auch. Abdeckplatte. Dann haben wir hier auch die Abdeckplatte. Die sieht gleich aus. Die nimmt sich nicht viel. Sind die gleiche Maße. Gleiche Höhe. Identisch. Larmhülse. Da gibt es schon erheblichen Unterschied. Hier sieht man die baut viel höher auf. Die alte wirkt auch massiver. Ich packe es mal einfach nebeneinander und dann gucken wir mal. Eieieiei. Das ist ja was hier. Demontage Velostil. Die Narbenhülse ist schon runter. Ähnlich. Kontermutter. Nasenscheibe. Ein riesen Ding. Bremsanker. Dieses Teil. Gegen dieses Teil. Neu. Alt. Alles klar. Ich baue aus. Ich baue aus. Ich baue aus. Ich baue aus. durch ein Blechstück. Dieses Blechstück ist nicht mehr da, weil es hat sich verformt beim Auseinanderbauen. und ja. Okay. Das war's. Das ist die Narbe im Vergleich. Also bei diesem Teil kann man ja nicht viel falsch machen hier. Bremsanker. Bremsanker. Okay. Wie auch immer. Hier ist wesentlich weniger Material verarbeitet. Hier bei der neuen. Und die ist auch schon extrem eingeschliffen. Und die ist glaube ich ein Jahr gefahren. Die wie gesagt ist auch kaputt. Aber ist bestimmt 20 Jahre gefahren. Die Kugellager. Ja gut. Die sind mit Sicherheit nicht so gut wie die alten vom Härtegrad her. Der wesentlichste Unterschied ist vermutlich der Bremsmantel. Der besteht hier auch aus drei Teilen. Und zwar hat einer Feder und zwei Seitenteilen. Hier gibt es keine unterschiedlichen Materialien. Und der Bremsmantel ist teilweise schon komplett runtergebremst. Hier oben zum Beispiel sieht man keine. Hier oben zum Beispiel sieht man keine. Riefen mehr. Also hier ist keine Riffelung mehr da. Hier ist alles ganz glatt. Das hier ist wesentlich aufwendiger gemacht. Das hier ist simpel. Naja. Das ist. Also wie gesagt. Man kann es ja selber fahren. Und dann wird man nicht erfahren. Am Anfang laufen sie gut. Und dann lässt es nach. Dieses Teil hier. Nimmt sich gar nichts. Ist exakt. Bis auf diese Rundung hier. Der Stahl sieht hier ein bisschen besser aus. Das ist ein bisschen großzügiger gearbeitet. Hier ist das alte. Das sieht so ein bisschen materialoptimiert aus. Also weniger Material verwenden. Hier ein bisschen was wegnehmen. Da ein bisschen was wegnehmen. Das neue. Aber da kann ich mich auch täuschen. Ansonsten eigentlich fast identisch. Das hätte man nicht verändern müssen. Sagen wir mal so. Also das bisschen was man da verändert hat. Hätte man nicht verändern müssen. Der Walzen. Der Walzenträger. Der Walzenkäfig. Auch der hat sich nicht verändert. Nur es gibt einen großen Unterschied. Die Dinger brechen. Mal gerne. Und die hier. Das habe ich noch nicht erlebt. Kommt bestimmt auch vor. Aber das habe ich noch nicht erlebt. Die Walzen selbst. Naja. Kann ich nicht zu sagen. Kugelring. Wissen wir. Kennen wir den größten Unterschied. So. Hier. Das hat sich. Das ist entschieden. Das ist wirklich anders. Das ist eingelaufen hier. Ja. Da kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ob was besser ist oder nicht. Also massiver sieht natürlich das aus. Aber das Material ist weicher. Wie man ja hier auch sieht. Ja. Wo die Walzen hier gearbeitet haben. Das hat richtig Spuren hinterlassen. Das ist richtig. Äh. Eine Delle drin. Im Material. Während hier. Das ist. Da fühlt man mit. Wenn man mit dem Nagel drüber geht. Fühlt man da nichts. Da wo die Walzen denn sich sozusagen aufstellen. Aber hier. Da ist noch richtig Kanten drin. Also das Material ist definitiv weicher. Verschleiß. Den Kugelkäfig. Naja. Wie gesagt. Da kann man sich streiten. Ist der optimaler als Kugeln einzeln. Weiß ich nicht. Achse. Die ist total kaputt. Die neue. Von dem neuen. Von dem Velocityl. Aber auch die andere. Ist total kaputt. Nun. Selbst hier bei der Velocityl. Gibt es hier diese Schleifspuren. Ja. Auf der Seite sind Schleifspuren. Auf der Seite nicht. Das gleiche hier bei der. Auf der Seite sind Schleifspuren. Und auf der gegenüberliegenden Seite nicht. Allerdings. Wie gesagt. Die ist hier 30, 40 Jahre alt. Die ist jetzt vielleicht. Zwei Jahre alt. Ja gut. Das ist nicht erwähnenswert hier. Das ist der Sprengring. Wo ist dieser Ring. Der den Kugelkäfig. In seiner Position hält. Das haben sie hier mit so einer Abdeckplatte gemacht. Die jetzt so ein bisschen hält. Ja. Was nun davon besser ist. Wahrscheinlich natürlich. Dieser Ring. Weil der sitzt natürlich präzise da. Und lässt sich nicht verdrehen. Und hier ist die Gefahr. So wie es hier passiert ist. Das ist auch von außen schon mal gestaucht worden. Ja. Dann sitzt er vielleicht nicht mehr optimal. Oder fängt an zu schleifen. Oder so. Das kann nicht schleifen. Das sitzt einfach. Und sitzt eben. Und guckt nur irgendwo rüber. Das finde ich auch die bessere Lösung. Gott. Das will ich nicht vertauschen. Ja. Narbenhülse. Da haben wir auch schon alle. Sind wir alle durch. Jetzt gucken wir mal. Ob wir die Narbe. trocken. Zusammengebaut bekommen. Sprich. Jetzt nochmal so. Als Anschauungsobjekt. Ohne Narbenhülse. Die Narbenhülse bleibt außen vor. Kann man sich angucken. Wir fangen mal mit der Velustil nochmal an. Nehmen wir die Achse. Den Kugelkäfig. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Also das muss man sagen. Wesentlich einfacher. So. Dann nehmen wir den Walzenkäfig. Setzen die Walzen ein. Schön weit außen. Dann nehmen wir dieses gute Stück. Setzen ein Lager auf. Drehen das Ganze um. Halten das Lager fest. Und zack. Dieses Ganze. Die Getriebeeinheit. Das ist ja die Antriebseinheit. Schieben wir auf die Achse. Normalerweise kommt jetzt hier so ein. So ein rundes Blech reingeschoben. So eine Blechhülse reingeschoben. Die hier am Ende. Die dann hier durchsteckt. Und die hier dann umgebogen wird. Dahinter geklemmt wird. Totaler Quatsch. Das kann man nur einmal machen. Und funktioniert nie wieder. Okay. Jetzt kommt die Bremseinheit aufgesetzt. Mit dem Bremsmantel natürlich. Kugellager. Abdeck. Abdeckplatte. Also normalerweise kommt natürlich noch die Narbenhülse hier drüber. Aber ich lasse das jetzt mal offen als Anschauungsobjekt. Abdeckplatte. Bremsanker. Nasenscheibe und Kontermutter. Okay, das ist die Venustil-Narbe von innen. Die Narbenhülse kommt so rum rauf. Dann hier die Abdeckplatte rüber. Zahnkranz rauf. Sprengring ran. Fertig. Jetzt der Zusammenbau der Favorit. Auch so. Trocken. Das Einzige, was ich vielleicht nicht machen kann, sind diese einzelnen Kugeln. Dazu muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege. Damit müssen wir jetzt eigentlich sogar anfangen. Denn, das muss ja da irgendwie, irgendwie, ruf. So, mal schauen. Zehn Stück. Pop. Okay. Na ja, das macht doch Spaß. Walzenkäfig. Wie gesagt, diese Scheibe drücke ich jetzt nicht wieder rein, sondern man soll ja sehen, wie es funktioniert. Deswegen bleiben die ganzen Abdeckplatten ab, sozusagen. Was ist ja wesentlich schwieriger. Sprengring rein und wir haben keine Sorgen mehr. Sehr geil. Oh Mann, das macht Spaß. Das ist richtig schön hier. So eine Mechanik. Okay, weiter geht's. Bremse. Bremsmantel. Wunderbar. Schaut mal, wie das dichtet hier. Wunderbar. Funktioniert. Bremsanker. Bremsanker. Zahnscheibe. Ohr-Nasenscheibe. Und so weit, so gut. Dann die Kontermutter eigentlich hier. Aber die will ich jetzt nicht aufschrauben. Das sieht scheiße aus, das Ding. Und die Achsmuttern. Und hier drüben, hier drüben die Abdeckkappe. Zahnkranz. 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 Sprengring. Fertig. Das war's von mir heute. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen trocken jetzt für einige oder so. Aber hier sehen wir die beiden Namen nochmal im Vergleich. inklusive der beiden Namen Hülsen. Ja liebe Leute, das war's von mir. Ich hoffe, das hat euch gefallen und war ein wenig informativ für euch und hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert ihr den Kanal oder schaut beim nächsten Video einfach wieder mit rein. Wir haben alle möglichen Themen im Programm. Von Fahrradreparatur bis zum Ich-Bastel-Watt-Müll für meine Kinder oder Einkaufen gehen oder auch einfach nur das normale Leben erleben. Also macht es gut, liebe Leute. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder mit dem nächsten Video und bis dann, wünsche euch alles Gute. Ciao, euer Tommi.